So viel Gutes kann entstehen. Menschen brauchen jetzt mehr Gelassenheit und mehr Energie. Das kann die Yoga-Praxis ihnen geben. Menschen brauchen Halt und Orientierung. Yoga sagt, wende dich nach innen. Dort findest du einen unerschöpflichen Kraftquell, eine innere Stärke, die jenseits von allen Aufgeregtheiten ist. Manche Menschen haben Angst und Sorge um ihre Zukunft und auch Gesundheit. Yoga sagt, du bist das unsterbliche Selbst. Nichts kann dir passieren. Und über allem wacht doch irgendwo eine göttliche Kraft. So ist gerade jetzt die Verbreitung von Yoga so wichtig. Wir brennen darauf, uns mehr zu engagieren. Es gibt noch viele Ideen mehr. Dafür brauchen wir die geltlichen Mittel. Dafür brauchen wir deine Spende. Danke schon jetzt. Danke schon. Danke schon.